Musik So hallo und liebe Leute zu einer neuen O-Sage So hallo und liebe Leute zu einer neuen O-Sage Sie ist eine sehr, sehr bekannte britische Gang-Spielerin Ich glaube, oder Island, ich weiß nicht ganz genau Dass ihr wisst Ich finde die Musik von ihr hammergeil Ich werde auch gucken in Zukunft, dass ich auch noch den Hits von ihr Elements noch 100% spielen werde Und natürlich auch den Titel Lithium von Evanescence Falls ihr einen Titel habt, den ihr wünscht Den ich gerne spielen sollte Auf 100% schreibt es in die Kommentare Würde mich sehr, sehr freuen Alles mehr, alles andere Kommt nach dem Replay Viel Spaß Wie immer werde ich wieder nichts sagen Euer BeatFox Aunque es in die Kommentare Bis zum nächsten Mal. 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 Ich kann mal eine Folge Multiplayer machen oder sowas, das ist kein Ding. Aber dass ihr wisst, ich werde nur 100% Replays hochladen. Ich spiele die wirklich selber unten links, könnt ihr immer sehen, dass ich das wirklich bin. Ansonsten kann ich ja mal für euch mal eine Folge aufnehmen, dass ich das live spiele. Also ihr müsst mir glauben. Ich habe leider noch keine Cam, ich bin wie gesagt in Umzugsstimmung. In der neuen Wohnung werde ich dann richtig so alles haben. Da seht ihr mich dann auch live per Videocam. Und ja, hoffe euch wieder das Video hat gefallen. Ich melde mich wieder ab. Viele Grüße aus der Schweiz, das ist Beatfox LP und tschüss.